Jo Leute und damit wieder willkommen zu Left 4 Dead 2. Wir durften diesen Abschnitt einfach nochmal machen, weil Thresh nicht mehr rauf kam. Ja, irgendwie komisch. Ja, keine Ahnung. Ja, egal. Läuft der jetzt wieder. Oh, Char-Char! Was bin ich los, Misty? Ja, bin schon dabei. Naja, war ja gut, unsere Punkte sind jetzt natürlich verloren, ist natürlich ein bisschen schade, aber besser... Alles neu zu spielen, als... Ja. Naja. Ja, die MIG, da kein Bock drauf. Wo ist er? Tot. Da ist er, tot. Da ist eine Leiter nach oben. Ja, wir müssen auf jeden Fall hoch. Komm. Ah, ich wollte noch ein paar töten hier. Was? Was ist jetzt schon wieder? Alter! Ja, ist da rum. Meinst du, wieso? Mach. Nein. Was hat er eben gesagt? Waffen? Weiß er nicht. Oder Waffen. Boomer Kotze! Die Lunge brennt! Ne, und wir... Jetzt meine... Dann brennt man's hin. Das war ja alles ab, vorher was geht. Ja, muss ja auch, ne? Sonst ist er bis hin... Steht der nach oben? Ach, da ist das Mercy. Ja, ja. Ich glaube, wir sollten aber auch definitiv weiter im Vergehen. Hm, bevor hier noch mehr kommen. Oh, warte mal, hier ist ein Krankenwagen. Der ist immer gut. Und... Na, sammelt der das erst mal auf den gehund. Na los, zum Krankenhaus! Ach, kannst du nehmen. Yay. Der wird mir nicht in der Rohrbombe genommen. Wo gibt's Waffen? Wo gibt's Waffen? Wer hat Waffen gefunden? Ich da hinten. Ach, hier. Oder? Da ist der Safety Room. Ja. War ja auf jeden Fall noch ein langes Stück. Hätte der Server danach nicht abbrechen können? Nö. Oh, warte mal, hier sind noch... Pillen. So. Ich bin drin, ja. Ja, mach zu. Ja, mach du doch zu. Ja, immer ich. Du solltest dich verarzt. Genau, arztet du dich mal? Bill auch? Arztet du dich mal. Verarztet. Warte mal, weiß ich nicht. Auf 4 AK hab ich keine Lust. So, machen wir das mal so. Eins ist dann nämlich noch drin. Deswegen mach ich das ja. Auch wenn es nicht viel gebracht hat. Aber sonst ist das Verschwendung, das da liegen zu lassen. Ja. Obwohl, man kann ja wieder hier rein. Ah, warte halt, stopp. Aber trotzdem extra zurückzulaufen. Deswegen? Nö. Ich glaube, ich nehm die M16. Mach das. Krieg ich genommen hab. Äh. Ach du, du hast dich schon... Alter, was macht der denn da? Das ist doch relativ egal, welche man nimmt. Nö. Soll schon unterschiedlich sein. Komm, Luis, geh mal weiter. Hallo. Luis, komm schon. Ich hab ja auch gesagt, dass wir die andere nicht. Weiß ich auch nicht, warum. Wir schenken uns hier gar nichts. Nö, nö. Wozu auch? Komm, was zurück war's dran. Ja, was soll denn sonst sein? Ja, wegen dem Brauch. Ach egal. Da muss ich nämlich auch schaden. Ja, und tanken wir so nicht. Boah, der hat aber nicht lang überlebt. Nö, da war ich schon so viel auf ihn geschossen auf ihm. Magazin. Hallo Berlin, meinst du. Hi. Ja, hier kommt die auch. Nee, kommt schon. Wunder mich grad schon so kuckuck. Hallo? Ja. Das war klar. Was denn? Dass du drauf schießt. Jo, wünsch mal. Boah, Alter, von hier hinten. Wir sind mal und ich auch. Brauchst du? Oder hast du's? Nee. Oh, Bill, Alter, der... Obwohl, damit kann man auch schlecht... Wenn ich hier rauskomme, Malo. Willst du nicht weiter... Jo, schieb mich mal weg, indem du die Tür zumachst. So geil. Danke. Irgendwann mal anlasse. Ja, komm. Willst du mal zumachen oder was hier? Komm, ich halte so durch. Oh, die gehen gar nicht. Doch, die gehen kaputt. Hier drüben gibt's Waffen. Die sind Waffen. Waffen, 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 Waffen. Neiper. Snipper. Ja, jetzt hab ich die. Ich hab ja noch ein bisschen Munition. Ach ja. Ich hasse diese vier. Ach ja. Ja, bestimmt. Ach, komm mal. Ey, Bill steht da und trifft den Hunter. Ja. Ist doch irgendwie normal. Na, wen hör ich denn da? Weiß nicht. Ich hör da jemand weinen. Ja. Na, wo ist der denn? Guten Tag, die Patienten. Bitte einmal komplett nackig machen. Ja, nee, ist klar. Drinbleiben. Ja, da. Ja, du rennst auch noch raus, ich sag drinbleiben. Ja. Oh, jetzt brauch ich richtig nicht mehr so ganz. Warum? Boah, ich halt drinnen mal liegen gespritzt hab. Ach so. Hier ist er. Ja. Uh. Danke, Mann. Tote sie. Mal gucken, ob Luis mich jetzt auch heilt. Ich bin so vor, mein Pack zu nehmen. Luis? Glaube ich dir. Oh Mann. Ich bin wirklich verletzt. Ich bin so wirklich verletzt. So war ich nicht. Tu so unschuldig noch. Cha-Cha? Passt du. Na, warte Moment. Ich hab schon gemacht. Und ich hab's auch gesagt, Cha-Cha. Ja, vorher, ne? Höh? Wo hängt er mir auch noch? Ja, wird einmal aufgegangen, ne? Ach ja. Ich hab' gar nicht mehr. Leck mich. Ich bleib' dir so ne Ecke. Ja. Aber da geh' ich hier lieber raus. Wow. Wow. Du bist auch fast tot. Ja. Und da kommen wir grad alle raus. Ich seh's. Kommt von oben runter gesprungen, alle. Boah ey. Ja. Das ist Misty, ey. Cha-Cha. Der kommt aber keinen Meter weiter. Nö. Aber Bill hat ihn geknickt. Ciao. Oh. Kommt rein, ja. So. Ich hab' jetzt grad'n ungutes Gefühl. So, Luis ist der Nächsten, den wir auf jeden Fall heilen müssten. Ich kann nicht fassen, wie schnell die sind. Ach, total ungerecht. Hast du dem gegeben? Hier. Du hast auch noch Adrenalin, mein Freund. So schnell dürfen die überhaupt nicht sein. Ja, irgendwo stimmt echt nicht, dass die so schnell sind, ne? Ach, was sind die denn so schnell? Was macht der da immer? Guck mal, Luis, was macht der da? Dumm sein. Ähm. Ich glaub, er will jemand das Gewehr in den Arsch schieben. Aber schafft das nicht. Ey, guck mal, der... Nein, ich guck mal von hier. Ich sag's doch. Jetzt geh' ich weg da. Ähm, welchen Stock will... Tank. Ganz... Nach oben. Halt dich bereit zu feuern. Und ihr zu ihm das. Halt dich bloß bereit. Hier liegt aber ein Knüppel. Da ist unkürtes Gefühl. Besonders bei sowas, wenn da über welche rumstehen wir. Komm mal hier durch. Okay. Achso, hier kannst du nur einmal rumgehen. Ja, aber egal, kannst du vielleicht so einen kleinen, kleinen Blick erhaschen. Ja. Achso, man kann... Okay. Warte mal, konnte man nicht... Was kann man denn hier noch? Oh, hier könnte man höchstens so runterfallen. Lauf nicht so weit, die sind beide bei mir. Ja, komm doch hierher. Willst du eine Kettensäger haben? Nein. Ist Molotow. Oh, Molotow. Ich hab grad keinen Bock, dass wir uns nerven. Ja, ich muss auch nachladen. Ich glaub, die ist runtergefallen. Ah, ah, hu. Niemals zu nah am Rand stehen, wenn der Charger kommt oder sowas. Ja, ich weiß, ob fliegst du runter. Ja. Bitte. Danke. Bitte. Ich bin der Tod. Ja, ist der Kuppel, danke. Kassana. Ja, ich bin der Hitte. Koppel, Koppel. Wow. Kappen. Ja. Danke. Ist hier? Nachladen. Auch nicht mal pillen oder so, damit wir dem was geben können. Das Ding geht nicht. Ja, da müssen wir eh lang, ne? Ja. Oh, ey, die Gebäude werden immer zu und zu. Du kannst dich um die Ecke kronen. Das ist so gemein. Manchmal. Nee. Manchmal ist das echt mies. Hier lang. Ja, da ist ne Tür. Nee, hier geht's aber nicht weiter. Geil. Ja, ist doch gut, Luis. Dann fühlst du dich halt ganz komisch. Hier, hier, bei mir, bei mir, bei mir. Nein. Warte doch. Hä? Das war doch nicht weit, das sieht nur so weit aus. Was? Ah, guck mal hier. Was nicht denn hier. Knüppel, strück. Warte mal. Ja. Warte, 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 nicht so weit. Oh, hier ist ne Rohrbombe. Wow. Kommt der Schadstecher hier erstmal rein. Ja, ist ja gut, komm, ja. Kann ich zumachen? Na, warte, ich will mir vorher ne Medipack haschen. Nicht, bock, muss mir auch eins nehmen. Hör zu! Noch nicht. Wieso? Warte, noch nicht zumachen. Ja, jetzt kannst du... Ja, klar müssen wir zumachen. Jetzt kannst du zumachen meinetwegen. Hab ich schon, aber jetzt müssen alle hier tot sein drin. Es ging nur darum, es ging nur um die Medipacks einzusammeln. Ja. Deswegen.